Probieren wir mal das, wie es ist und hoffen wir, dass es geht, weil wir haben ja schon Erfahrungen darin, dass auch Spiele, die eigentlich ein Jahr alt sind und ohne weiteres laufen sollten, trotzdem nicht gelaufen sind. Sehr geil, mein Englisch is not the Ella from the X. Lässt es euch durch, Leute, ich kenne mich nicht aus. Ja, der Sound ist vielleicht ein bisschen laut, aber ihr sollt es ja genauso was davon haben daheim und nicht nur ich. Ob das Spiel überhaupt Controller-kompatibel ist, ich vermute nicht. Oha, ich tue nichts. Das sollte, glaube ich, ein In-Game-Trailer sein. Ich tue gar nichts, ich habe nichts in der Hand. Ich tue gar nichts, ich tue gar nichts, ich tue gar nichts. So, was ist jetzt da? Kriege ich ein Bild? Hallo? Okay. Wo ist es? Ist anscheinend Controller-kompatibel? Ich traue mal ein bisschen die Ding da runter, damit ihr ein bisschen mehr Horror-Faktor habt. Oder wo bin ich da? Ist das Absicht, dass der nur so langsam sich nachtrankt? Alter, da bist du ja zum Schwammel, Alter. Weiß ich nicht, Alter. Mit der Maus geht es ja schnell. Aber mit dem Controller schläft er tatsächlich ins Gesicht. So kannst du nicht spielen. Alter, wenn ich da wer verfolgt, dann ist es wieder völlig so schnell. Der Zettel leuchtet doch schon so eigenartig. Den sollten wir ja sicher angreifen können. Aber wie? Kann ich mich duken, nein? Da ist doch eine Notiz, oder? Ja, zu Dank ist mein Englisch-Nottiella von Dirk. Aber wir haben zumindest was gefunden. Bleibst du bitte draußen? Ich habe keinen Plan, was sie da jetzt von mir da wollen im Spiel. Ich komme gerade noch, oder? Ich spiele zwei Minuten und ich stecke schon. Hört sich aus, als würde da eine Katze schnurren. Da liegt eine Katze. Mann, da sind zwei Katzen, Alter. Wer kommt auf so eine Idee? Wir sind in einem Horror-Game, in einem gruseligen Haus, alles zugenagelt, überall gereist, Alter. Auf einmal liegen da zwei Katzen auf den Katzen und schnurren. Warum? Wer kommt auf so etwas? Ich blicke nicht ganz durch. Ihr seht es, die Figurenfenster, oder? Die war da gerade vorher noch nicht. Die war da gerade vorher, aber tausendprozentig noch nicht. Wenn du mich jetzt fragst, was ich gerade spiele, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Plan. I can't rate what I say I need to get my Russian English. Alter, das ist korillisch. Was bringt mir da der Zeidl, Alter, wenn ich... Alter, ich kann nicht einmal Englisch. Was soll ich mit korillisch anfangen, Alter? Oder? Das ist doch korillisch, oder korillisch, oder wie man das ausspricht. Was bringt mir der Zeidl, da sagt man genau gar nichts. Du musst ein Wörterbuch finden. Super. Ganz zufällig liegt in der zugenagelten Bruchbode sicher irgendwo ein Wörterbuch. Ich meine, ja, so... Na ja, Schule, weiß ich nicht, Alter. Das kannst du ja fast aus Kindergarten durchgelassen. Alter, das ist mein... Oder was ist da gerade die Kernschmelze? Auf einmal fangen die Sirenen an. Aha. Das schwirrt der Hose. Ja, aber ey, was tue ich jetzt mit der Kerzen? Was ist das? Ich kenne mich, wow. Irgendwie so eine kleine, also überhaupt keine Einleitung oder so, überhaupt nichts ausschlagkräftiges. Kein Mensch weiß, was ich da herin gerade tue. Wie bin ich da reingekommen? Wieso ist um mich herum alles zugenagelt? Wieso kann ich nicht die Sprache von der Stadt, wo ich gerade bin? Was ist das denn für ein gestörtes Spiel, Alter? Ich würde mir gerne eine Aura auch noch nicht schon da liegen. Ich kenne Leute, ich kenne nur noch. Ich will jetzt dann wahrscheinlich gleich, dass ich noch ein Stromaggregat finde, Alter, und brennenden Urin, Alter. Weiß ich nicht, was die in den U.S. haben wollen von mir. Ich will das denn nicht fertig. Und wo soll ich da jetzt ein Feuerzeugbenzin herfinden, Alter? Äh, hernehmen? Ich bin in einer Sch***vorgschule. Wo soll ich da Feuerzeugbenzin herunterlegen? Mich würde ja schon auch nicht der Grund interessieren, wieso ich überhaupt da bin. Ah ja. Habe ich gemacht und was passiert jetzt? Sprayed off my sleeping bag. Was ist das für ein sleeping bag? Alter, wirklich, wirklich. Was war denn da jetzt so schlimm für die Entwickler, dass das ein bisschen... Ich muss jetzt schlafen, gell? Siebter Depat, wieso schläft man da? Nein, 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 nein. Das ist nicht mein Spiel. Nein, nein. Nein, 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 nein. Alter, Alter, da ist kein Wort Deutsch drinnen. Das ist nicht mein Spiel. Glaubst du, ich bin steirischer Streamer geworden, weil ich Englisch rennen würde, oder was? Wer hat da jetzt bitte Kamera aufgestellt? Was ist ein Medikid? Wie kacke ist denn das? Also, erster Punkt, was mich halt schon stört, weil sogar die billigsten Entwicklerstudios schaffen, dass sie die Spiele auch auf Deutsch synchronisieren. Das haben sie da gar nicht gemacht. Du kannst ja nur Russisch oder Englisch reden. Zweitens, es gibt keinen Einstieg in das Spiel. Ich kenne eigentlich so gut wie keine Spielehersteller mehr, die was nicht, zumindest die Schrift. Ja, der geht auch noch nicht. Ja, aber der Untertitel ist wenigstens Deutsch durch Schneebrunzer. Und da ist ja nicht einmal die Schrift Deutsch. Nein, es geht jetzt ja nicht darum, der Kredit wird ja anscheinend eh nicht wirklich was in dem Spiel. Aber sie hätten ja wenigstens die Schreibereien auf Deutsch synchronisieren können. Zum Beispiel, die zwei Texte, was da jetzt am Anfang gekommen sind, wie da der auf einmal auf der Nacht durchgewandert ist, verstehe ich nicht. Und meine Frage ist, mir fehlt eine Einleitung. Mir fehlt eine komplette, äh, nicht. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, wieso ich da übernachten hab müssen. Warum die Schuhe komplett zugenagelt ist und wieso vorher der Alarm angegangen ist. Schreib in die Kommentare, wenn du wissen willst, wie es weitergeht. Schreib in die Kommentare, wenn du wissen willst, wie es weitergeht.